Hallo meine lieben Leute und hier ist ja der Stones Rock und willkommen auf unserer DMDS Plattform. Dance My Dance Style. Okay? Und du kommst hier für Solo Leute. Kriegst du hin. Easy peasy. Ja? Also, hier bin ich ja. Das linke Bein ist oben. Und ich hab Achtung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Und 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Und 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1. Ja mit dem rechten Bein. Es geht weiter. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6 und 7, 8 und 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Da wird es ein bisschen schneller gehen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8. 2 Mal mit der Schulter. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8. Da geht es ja viel um das Feeling. Wie du dich fühlst dabei. Ein Flow, eine Kontinuität. Für den Footwalk ist es eigentlich ein Spaziergang. Du bist ja hier. Klack, klack, klack. Step, Step, Step. Ah, ah. Öffnen, schließen. Ja, Side to Side. Und hier, du drehst in Slow Motion. Die Verlagerung auf dem rechten Bein ist langsam. Und danach gehst du sofort schneller. Das heißt, tack, tack, tack. Das heißt, links und links. Das linke Bein, da ist ja das Gewicht. Ja? Und dann gehst du zurück. Jetzt, du machst das Gleiche mit dem rechten Bein. Rechts und rechts. Erstmal nach oben zeigen. Runter. Wieder hoch. Und dann. Yeah. Yeah. Und dann hier. I have no time. Step. Warum? Weil das Gewicht auf dem linken Bein war. Jetzt Step mit dem rechten. Step mit dem linken. Und dann gehst du weiter. Hier. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4. Hier. Ja? Die letzte Sierra. Und die ersten Sierra. Du kannst ja kreuzen, wie du möchtest. Easy peasy. Du kannst auch drehen, wenn du möchtest. Easy peasy. Fühl dich frei. Ja? Und da haben wir 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4. Und wir haben 5, 6 und 7. Ja? 8 und 1. Fertig mit der Choreo. Ich freue mich auf deine Choreo. Ich freue mich an deine Teilnahme. Und ja. Feel ready to win the prize. Come on. Stones rock.